Hi, ich bin Haris, Standortleiter Teleperformance Kopie. Vor drei Jahren hat meine Karriere bei TP angefangen und in Skopje sind wir mittlerweile ein Multilingual Hub geworden mit 370 Mitarbeitern. Bei TP haben wir Spaß an der Zusammenarbeit, haben verschiedene Karrieremöglichkeiten, aber auch unsere kulturelle Vielfalt macht uns unschlagbar. Hallo, mein Name ist Angela Budinuska und ich bin seit ca. zwei Jahren bei Teleperformance tätig. Was Teleperformance einzigartig macht, sind die Karrieremöglichkeiten, die wir hier haben, die Prozesse, die Teleperformance anbietet, die uns nicht nur im professionellen Sicht, sondern auch im Privatleben sehr helfen. Was mir am meisten Spaß macht bei Teleperformance ist die Flexibilität, die Teleperformance ermöglicht, wie zum Beispiel von zu Hause oder von der Seite zu arbeiten. Hallo, ich bin Mohamed El-Mazi, Projektleiter und bin schon das zweite Jahr bei Teleperformance. Was Teleperformance auszeichnet, ist unsere Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wir sind das zweite Jahr mit Great Place to Work zertifiziert und schon ein Jahr mit Concentrix. Diese Wertschätzung freut uns wirklich sehr. Bei TP, wir tun, was wir sagen. Wir sind engagiert, aber respektieren natürlich auch jeden Team. Aktivitäten werden halt wochendlich organisiert, wo halt verschiedene Sportsaktivitäten in die Werke wandern gegangen wird. Aber auch Abende werden halt zusammen verbracht, wo wir halt Abende essen oder halt auch Tinken gehen. Mit der gleichen Energie wollen wir halt auch bei TP weitermachen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.